Ja, hallo Leute und ein herzliches Willkommen bei der Bandbreite. Wir haben schon eigentlich länger nichts mehr von uns hören lassen. Seit der letzten großen Tour mit der Deutschen Mitte haben wir allerdings doch ein bisschen was gemacht. Wir arbeiten an neuen Liedern und ihr könnt gespannt sein, was da herauskommen wird. Denn ihr wisst ja, die politischen Themen in dieser Zeit, die geben einem auf jeden Fall viel, viel Stoff für Songs. Weshalb ich mich heute bei euch melde, ist, dass wir ein neues T-Shirt und einen neuen Zip-Hoodie in unserem Shop haben. Das war ganz interessant, denn diesen Hoodie habe ich als Unikat sozusagen getragen, als wir mit der Deutschen Mitte in Osnabrück gespielt haben, wo ebenfalls die Antifa oder die sogenannte Antifa sehr präsent war. Ja, die Anti-Deutschen, um das nochmal genauer zu definieren. Und ich vom leitenden Polizeidirektor in Osnabrück ja erstmal zurückgewiesen worden bin, weil er dieses Logo gesehen hat und das auf den ersten Blick wirklich so aussieht, als sei es ja ein klassisches Antifa-Logo. Das ist es eigentlich auch. Nur wir haben die wunderbare Friedenstaube in die blaue Fahne gemalt und beanspruchen für uns den Begriff des Antifaschisten und der Friedensbewegten. Denn das ist die wahre Tradition, ja eine antiimperialistische Tradition, die eigentlich die Antifa pflegen soll. So gesehen sind wir, die neuen Antifaschisten. Und das bringen wir mit diesem Pullover und diesem T-Shirt auch zum Ausdruck. Also wenn ihr Interesse habt und vielleicht noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, dann werdet ihr fündig in unserem Shop ein weißes T-Shirt oder der schwarze Zip-Hoodie ist für euch da ab sofort eingestellt. Und wir freuen uns natürlich über eure Bestellungen, die ja gleichsam immer auch eine Unterstützung für uns ist. Ja ihr lieben Leute, wir sagen bis bald und mit Sicherheit werden wir uns bald auch mal wieder sehen. Bis dahin, euer Wojner, macht's gut.